Guten Morgen Freunde, ja, es ist soweit, ich fahre jetzt zum Hafen, das Bett dann einchecken und dann meine Fähre nehmen. Genau, ich wünsche euch was, es war schön, dass es wieder mal war und ich danke euch. Bis demnächst, ciao. So, Terminal E müssen wir, die Karte habe ich jetzt geholt, alles safe. Wahrscheinlich wird es wieder eine Rundfahrt, die ist ja lustig hier. Okay. Ja, heute Nacht war es kurz. Und ja, frisch war es jetzt nicht. Ja, unsere Fähre heißt Peter Pan. Und da bin ich ganz schön drauf gespannt. Das ist total komisch. Die EF 6, 6, 9, 6, 6, 9, 10. Naja, komm mal. Das ist blöd. Habt ihr es gesehen? Da ist Peter Pan. Da ist die Fähre. Ja, Peter Pan. Dieser Peter Pan. Kommt überall hin, die Peter Pan. Aber die Qualms. Die extrem. Naja. Ja, von vorne wahrscheinlich. Komm mal rein. Da bin ich mal gespannt. Und dann, liebe Freunde. Wie sehen wir denn eh gerade auf? Ich bin heute 14. Das war bald ein werkes Mal. Jaah. Aber doch hier bin ich mal. Stimmt ne Waage, oder? Da unten. Stimmt ne Waage. Da wird immer noch gebaut. So, jetzt geht's weg. Ah! Da geht's. Da geht's. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist das nicht der Simon? Hallo Simon? Simon, komm raus! Simon? Hallo Simon? Zeig mal dein Projekt. Simon, hallo? Ist das nicht der Simon? Ups, schaut auch so aus. So, jetzt geht's gleich in. Kleine Hälfte. Ja, jetzt ungefähr noch. Ja, 19 Minuten vielleicht noch. Jetzt kann ich mir ein bisschen ausruhen. Hier haben wir ein Quartier. Ja, und ein bisschen Videoschneiden noch von den letzten zwei Tagen. Ja, es ist halt echt traurig. Schweden zu verlassen. Mit der schönen Aussicht. Ja. 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 Ich bin enttäuscht. Was ist passiert? Alarm? So, Freunde. So, Freunde. Gut, der Einweiser hat uns eingewiesen. Jetzt machen wir wieder Strom aus, Licht, alles testen. Mein Handy, Karte nicht vergessen, Lippstift hier nicht vergessen. Ich weiß ganz genau, wie du ausschast. So, Freunde. Jetzt geht's gleich los. Alles habe ich hier bei. Jetzt muss ich noch alles aufräumen. Einräumen. Karte ist zu. Tasche mit Essen. Dann gibt's gleich Frühstück. Ja. Dann, Freunde. Man sieht sich. Dann, bis später. Ciao. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach, da war ich. Ganz anders. So, herzlich willkommen zu meinem Roomtour. Wir haben hier einmal einen Fernseher. Der ist jetzt ein bisschen größer als der andere. Ein Samsung. Was haben wir denn da? Noch ein Telefon. Eine Fernbedienung. Genau. Ja. Schön. Ein Tisch. Eine Sofaecke. Und ein Bett. Schön. Jetzt gehen wir mal in den Sanitätsbereich. Oh. Dusche. Okay. Aber, na, na. Ein bisschen demoliert. Gut. Das war's von meiner Roomtour. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ah. Ich hab was vergessen. Die Aussicht. Die Aussicht. Alles gut. Müllheim-Meister. Der FC Bayern-Fan. Der Maler. Der Maler Max. Genau. Und wir sind jetzt noch in der Bucht. Bis später. Liebe Freunde. Ich hab eine Messie. Oh. Ich gucke mich. Ich gucke mich. Das ist live dabei. Ein Gott, was tut mir. Ich gucke mich. 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 So, liebe Zuschauer, hier wird es geduscht, jetzt bin ich wäsch und mittlerweile sind wir schon unterwegs, krass, was sich da alles bauen, die Schweden halt, genau. So, dann esse ich was, bis später, tschau. So, Freunde, jetzt bin ich wieder drin, im Wohnmobil, die Fahrt, die Fahrt, die Fahrt, war, ja, okay, ich glaube, wir hatten eine Verspätung, weil jetzt haben wir halb sechs, ja, halb sechs, ja, genau, jetzt fahr ich zum Bestellplatz, wo ich zum letzten Mal war, hier in Deutschland, und genau, das war es dann von mir, von der Serie, ich danke euch, ja, dass ihr dabei wart, danke, und ich wünsche euch was, nicht abonnieren vergessen, und auf die Glocke drücken, danke, ciao. Hallo Deutschland, ich bin wieder in Deutschland, Deutschland, ich bin zurück, in Travemünde, ich bin draußen, ohne Kontrolle, ich bin draußen, ohne Kontrolle, ich bin Ich bin daheim. Untertitelung des ZDF, 2020